Hallo Leute, Takeo hier. Da wir noch ein paar Updates im Bereich der Taucherbrillen machen müssen, möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr die Taucherbrille in der Fraktallobby bekommen könnt. Falls ihr nicht wisst, wie in die Fraktale kommt, dann nehmt einfach die Wegmarke vor Marina in Löwenstein und lauft dann hier in das Portal. In der Fraktallobby können wir nun am Anfang erstmal am großen Portal in der Mitte vorbeilaufen und uns dann hinten auf das Teleportationsfeld stellen. Dieses bringt uns dann an eine andere Stelle, von der wir über den kleinen Fluss auf diesen Hügel hier laufen. Von hier springen wir rüber zu den Treppenstufen und laufen dann den Weg hoch. Hier beginnt dann das Kraxeln über die Felsvorsprünge an der Wand, deswegen springt einfach weiter und nutzt dort die Felsvorsprünge. Am Ende angekommen, können wir nun nach links auf den anderen Felsen springen und ihn dann wieder nach oben laufen. Achtet hier auch bei den Sprüngen darauf, dass ihr auch etwas um die Ecke des Felsens herumspringen müsst. Dann geht es wieder zurück auf den anderen Felsen und von hier erneut nach links auf die Treppenstufen. Seit ihr hier bis ganz nach oben gelaufen, müsst ihr nun auf die kleinen schwebenden Steine springen und dann geradewegs weiterlaufen. An der Klippe geht es hinunter auf den Stein und dann auch hier ebenfalls geradeaus weiter. Falls ihr hier durch den Fallschaden in den Kampf eingetreten seid, solltet ihr kurz warten, damit ihr den Sprung auf die andere Seite schafft, beziehungsweise nutzt eine Fertigkeit, die ihr euch Eile verleiht, um sicher rüber zu kommen. Hier geht es dann durch den Höhlendurchgang und erneut die Treppen nach oben. Dann müsst ihr ein paar großstügige Sprünge machen, um auf die nächste Seite zu kommen. Dort geht es dann straight forward nach oben und es ist dann schon fast geschafft. Plündert auch die große Truhe für etwas Bonus-Loot. Schließlich müsst ihr nur noch den Baum nach oben und hier auf dem Ast befindet sich dann die Taucherbrille. Wenn ihr sie angezogen habt, müsst ihr einen großen Sprung in den großen Kreis unter euch wagen. Dafür solltet ihr dann in der Luft auch die ganze Zeit nach vorne drücken, damit ihr nicht unten irgendwie aufkommt. Habt ihr es richtig gemacht, dann landet ihr in einer Endlosschleife à la Portal und bekommt auch den Erfolg für diese Taucherbrille. Ja, jetzt könnt ihr dann auch versuchen euch am Rande des Kreises abzufangen, leider funktioniert das nicht immer so gut. Und das wäre es auch schon gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut Leute, bis dann. Ciao.